Wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und willkommen heute zu Blackwell Epiphany. Das Montagspoint. Der Glickspiel der Zeit. Wer weiß wie lange noch. Äh, was passiert hier? Ach ja, verdammt. Ich habe da etwas vergessen. Ich vergesse manchmal, dass dieses Spiel besonders ist. Hallo Chris. Ah, da. Verdammt. Ich wusste da war was. Viel zu schnell eingestellt hier alles. Sekunde, Sekunde, wo ist, wo ist der Game? Hä? Ich muss das doch hier sehen, während ich das mache. Bitte. Danke. Lass mich, lass mich raus. Free aus. Ich habe so im letzten Mal extra alles geändert hier. Gibt es jetzt wieder neu zu ändern. Das ist doch schön, oder? Nee, das geht nicht. Moment, so, so. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich habe heute mal ein bisschen später Feierabend gemacht. Nee, passt. Und dann gleich hier wieder völlig raus. Völlig raus. So ist besser. Naja, ich muss nicht so viel sehen. Das ist auch okay, wenn ich nur den kleinen Chat in der Ecke habe. Chris, ich hoffe, dir geht es gut soweit. Schönes Wochenende gehabt. Und, äh, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sonst so los ist. Mal getan. Ähm, ich lasse einfach mal mein Spiel hier. Cancel. Alles gelöscht. So, jetzt pass auf für mich. Ähm, genau. Beim letzten Mal wurden wir ja noch erwischt mit einer Leiche im Keller. Wenn ich mich nicht richtig erinnere. Da haben wir auch gar nichts dabei weiter. Es geht gut soweit. Sehr schön. Ungewut auf rechter Ecke. Ja, ich weiß. Moi CJTK. Die andere kommt irgendwie manchmal nicht ganz so hin. Und, ach, keine Ahnung. Das ist sowieso bei dem Spiel überhaupt nicht. Nirgendwo. Bücher. Genau. Wir wurden verhaftet, aber irgendwie auch gleich wieder freigelassen. Weil wir haben ja einen Kumpel bei der Polizei. Und ich glaube, wir sollten nochmal mit ihm reden oder sowas. Sollen wir mal gucken gehen. Jedenfalls auch dir einen wunderschönen guten Abend. Willkommen, willkommen. Sie haben uns Sachen gestohlen. Ach, genau. Das war das Hotel. Oder nee, was heißt Hotel? Die Apartments, wo der eine Tototyp gelebt hat. Es ist immer noch Nacht. Ah, es ist dir. Sam hat mir gesagt, dass du bei dir steigst. Hi, Corey war es? Nein, es ist Officer Palmer. Nö, 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 nö. Der mag uns nicht. Er hat uns quasi auf frischer Tat ertappt, aber die Tante hat sich selber umgebracht. Wir waren es gar nicht. Wir waren noch so blöd, ihr zu helfen. Das ist das nächste. So, Durkin hat mir gesagt, zu dir zu sprechen? Ja, ich hörte. Ich glaube, dass er uns geben sollte. Ich weiß nicht, warum du so speziell bist, aber Ordnungen sind Ordnungen. Du brauchst irgendwelche Informationen von uns, dann werde ich es dir sehen. Aber du sprichst mit mir. Und nur mir. Entstanden? Perfekt. Oh, holy shit. Wir haben so viele Fragen. Okay, wir müssen wieder in den Fall reinkommen. Also, das Mädchen war tot. Die Mutter ist tot. Der Vater schläft, glaube ich, nur. Aber wir haben eigentlich... Ich glaube, wir brauchen hier den, den, den... George. Er wurde ja vor uns getötet und auch sein Geist mehr getötet. Wir haben ein ziemlich solides Alibi. Ich bin sorry über Lea. Geh nicht mehr da. Ich weiß nicht, was du sahst. Oder was die Wahrnehmung sagt. Lea würde sich nicht töten. Und wenn sie es getan hat, dann wäre sie nicht mehr Lea. Nein. Also, wir sind auch schon relativ fortgeschritten, glaube ich, in dem Fall. Ich denke mal... Ach, ich weiß nicht. Kapitel 22, laufen die Elfanten rum. Hm? Hm? Also, der hatte auch... Es war nur so eine kleine Schusswaffe. Ich bin mir sicher, dass da nichts los ist. Ach, der mag uns bestimmt nicht hier. Du denkst nicht, dass ich noch jemanden töten, oder? Ich weiß nicht, was zu glauben. Aber Dirk hat dir für dich gewählt. Und er hat mir jetzt einen Vorteil. Der mag uns nicht. So, ich denke, ich komme nach vorne. Der mag uns nicht. Ist Detective Durkin da? Ich habe ihn nicht seit gestern gesehen. Ich bin sicher, dass er irgendwo wandert. Wie ist das eigentlich wieder in der Nacht? Der Chef würde mit dir sagen. Das ist, warum ich mich hinter diesem Schuss schockiert habe. Ich bin da draußen draußen. Wie hat Kendra sterben? War das überhaupt erstattet? Ich habe das Autopsy-Raport. Es war definitiv ein Blatt. Es ging direkt durch ihre Schulter. Ein geschehen Hohle durch. Der Korinther sagte, dass sie bis zum Tod bläht. Aber sie könnte überleben, wenn sie direkt zu einem Krankenhaus gebracht wurde. Ich verstehe das nicht. Nicht überhaupt. Ich glaube nicht. Ich fahre doch schon lange weg. Ach, Emil. Ist denn Emil gewesen? Ich weiß nicht. Es war nur das, was Lea mir gesagt hat. Ich habe die Impression, dass er ein Tod bläht. Sie war immer aus einem Job. Sie war immer früh mit Kinder-Support-Paymenten. Dinge wie das. Ich glaube, er muss nicht mehr über diese Dinge überraschen. Ich glaube, das war der leibliche Vater von Kendra. Kendra ist die Tochter. Lea ist die Mutter. Komm wieder rein. Ich habe das Gefühl, ihr kennt sie sehr gut. Ja? Ich glaube, ihr könnt das sagen. Ich habe das mit ihr. Ich habe mit ihr. Ich habe mit ihr. Sie hat mich viel gelernt. Alles, wirklich. Ich habe sie. Sie war eine Rock. Sie war eine RISING star. Warum würde sie flippen wie sie macht? Ich arbeite an es, Corey. Ich wirklich bin. Das ist Officer Palmer. Und ich bin nicht aufhörter. Das ist nicht so süß. Ich wollte diese Schritte. Ich wollte mich über die RISING starren. Ich wusste es nicht so viel, zu sagen. Was sie nur in der Malung. Ich fühle mich nach dem 뜯en. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ihr gehört euch zu sein. Dass die Schritte es ohne ohnehin zu gehen. Auf jeden Fall haben wir auch nicht wirklich bekommen von ihm jetzt. Keine Ahnung. Ich werde aber ihn mal noch reinschicken. Kann ich nicht mit Tapf wechseln? Scheinbar nicht. Was war das jetzt? Blau, was ist das? Ich will doch... Hey, ich dachte, ich hätte gewechselt. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Egal. Gerade da. Ganz wichtig. Okay, wo können wir noch mal hin? Ähm, vielleicht gehen wir diese Wachen wirklich noch mal durch. Kanonen oder auch Spatzen schießen. Trifft man definitiv mehr mit fetten Dingern, ne? Achso. Ist das über George? Das ist richtig. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber hier ist die Schlüssel. 12. Pentehaus A. Danke. Sehr schön. Hi. Also, oder? Können wir noch irgendwas? Ja. Grace Group? Grace Group? Does it have to do with Grace Church? It might. Hm. Ich weiß, dass er oft nach Grace Church Services ging, aber er hat noch nie eine Grace Group. Oh, sorry. Naja. Garantiert so eine ganz komische Sekte. Eine ganz komische. Ich habe jetzt übrigens einen Plan für Halloween. Ich denke, ich werde wohl Fassmophobia spielen. Das Spiel habe ich jetzt am Wochenende relativ viel gespielt und ich muss sagen, es gefällt mir immer besser. Tablet. So was anderes. One missed call. Michael. Who ever this Michael is, he seems to know quite a lot. Update Notes. Nice. Äh. Oder Notes Update. Hier unten mal anfangen. Emil. Wo sind sie? Was hast du getan? Ach genau. Ich dachte, er hätte dir einen weggeschlappt. Aber ich glaube, er ist sogar zuerst gestorben. Und Lya. Stable Person. Die wollten uns halt haben, weil wir ja die krassen Fähigkeiten haben, mit Geistern reden können. Natürlich. So this Michael has a source who knows about Bestowers. About me. This is starting to get personal. Du und Lya. Wundervoll. Ach genau. Da sind sie gerade gejoined. Mehr oder weniger. Keine. They want to take our souls when we die, but they want to speed up the process. I don't think those deaths were accidents. My source tells me about someone who can help us. Ja. Hm. Das sind wir gerade nicht. Äh. He did not just die. Er existiert nicht mehr. Seine Seele ist vorbei. Äh. Vorbei. Vergangen? Ich weiß nicht. Äh. Äh. Wenn man englische Sachen liest und irgendwas im deutschen gerade danach sucht, was nicht passt. Ah. Mir wird das auch passieren uns allen. Ich. Der Mike ist bestimmt noch voll wichtig hier. Mh. Hi George. Noch nicht mehr gehört. Wunderschöne Nachrichten. Bla bla bla. Du wirst still have my number. Ja. 2, 1, 2, 5, 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 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Maike hat eingerufen. Das ist meine anderen Raumlinie. Oh, Kylie. Können wir jetzt nur in den nächsten Raum? Oh, um, hi there. Oops, geistig. Ja, freundlich. Ich kenne die Altmänner. Geist auf dem Dach, geil. Aber gut, da könnten wir auf jeden Fall Joey durchschicken. Der macht die für uns klar. So meine ich das gar nicht. Ja, im Sinne von, wir können ihr dann helfen und so. Der darf hier noch ein bisschen rumstehen. Was? Ach so. Oh, die würde es nicht mehr mit an der Wache vorbeischließen können. Ich schon. Oh, die gehen. Ach so, das war es auch schon wieder. Es ist wirklich nur der, 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 der Geist. Der Geist. Joey. Geht da draußen. Er muss jetzt seinen Gentleman Charme spielen lassen. Du, 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 du. Es wird bestimmt die Nachbarin sein. Liegt da schon seit drei Wochen tot in der Ecke. Hat keiner gemerkt. Oh. Die liegt hier bestimmt schon viel länger. Boy, if I could touch it. Ach, jetzt geht das wieder los, ne? Geh doch rein. Guckst du die doch an? Was, was diese Note sagt, ist es zu dark, um es zu lesen zu lesen. Ne. Können wir es mal hier ins Licht? Ja. Geht hier wieder. Oh, der wird seinen Witz zu tun. Es sagt, ich kenne mich über Heather. Und es ist von jemandem namens Jay. Okay, wirklich nur der Geist. Hi, da. Entschuldigung. Wie haben wir ihn? Ich denke, Sie vermitteln von meinem Freund. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn. Du wirst beide nach Georges Vater gesehen. Ja. Ich finde sie komisch. Ist doch gleich hier, ne? Ja, warum bist du so zufrieden? Das ist quasi, ja, emptier. Ich lebe alleine. Pff, die ganzen reden sehr alleine. Was auf der Erde sprechen. Das blöd ist ja, dass die Geister das meistens noch nicht kapiert haben. mit dem Tod sein und so weiter und auch ihre Umgehung nehmen, die irgendwie scheinbar nicht so war. Das zum Beispiel. Ja, doppelt so gemütlich, auf jeden Fall. Die schöne unsichtbare Couch in der Ecke zum Beispiel. Ich würde mich gerne draufsetzen, aber ich habe leider auch keinen Hintern dafür. Cute, sehr cute. Huh? Wait, du bist ernsthaft? Well, ist das nicht lecker? Es ist so rar, dass ich den mysteriössten bin. Mein Name ist Joey, Joey Malone. Warum sagst du mir deinem? Du wirst ehrlich gesagt nicht wissen, wer ich bin. Ich glaube nicht. Ich verabschiede, ich bin fasziniert. Ich weiß deinen Namen, aber du wirst nicht meinen. Es ist nicht oft, dass ich in dieser Position bin. Also, du wirst mir sagen, oder was? Ich denke nicht. Ich will das nur noch ein bisschen länger savor. Verrasch mich doch. Also, was ist das? Are you famous or something? Or something. Also, entweder man ist berühmt und dadurch bekannt. Oder was sonst? Woher soll man denn sonst irgendwelche Namen von irgendwelchen Leuten kennen? Die Note ist signet J. Wer ist J? Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß nichts über irgendwelche Note. Ich weiß über Heather. Kennst du nichts über das? Über was? Diese Note. Die, die auf dem Boden. Ich habe keine Ahnung. Es hat nichts mit mir zu tun. Und was macht es hier? Ich habe keine Ahnung. Okay, okay, relax. Strange. Noch ein bisschen... Kann ich dir ein paar Fragen fragen? Du kennst nicht meinen Namen. Und du willst... Vielleicht, wenn du mir eigentlich deinen Namen sagst. Nein. Wie ich gesagt habe, das ist viel zu viel Spaß. Ich dachte, wir würden es irgendwie hinkriegen. Mit unserem Charme und so. Aber... Komm schon. Du kennst meinen Namen. Es ist nur fair. Ich kann nicht wissen, ob du echt bist. Oder ob du einfach mit mir spielst. Warum nicht beide? Na ja. Die Nacht ist jung. Mal sehen, ob du es herausfinden kannst. Sag Hi an George. Okay. Also ich kriege vermutlich nicht hin. Vielleicht könnte Rosa nochmal mit dem Typen unten an der Eingangstür reden. Oh, ich weiß ja etwas. Da können wir nicht so ganz... Hier... Ich habe etwas zu sagen. Hm. Gibt es Gedanken an dem Roof, Spook? Sie ist in einem gesetzten Apartment, Joey. Du bist derjenige, der mit ihr besprechen kann. Ja, wow, danke. Also, es ist ein Telefonnummer. Das heißt, wir könnten ihn theoretisch auch einfach anrufen. Ne. Muss ich mir die aufschreiben? Kann ich mir die merken? Ach, hier, Michael. Sehr schön. Ich habe mich jetzt nicht gewundert. Aber was wir noch machen können mit dem Phone? Oh, wir haben... Hattest du noch den Nachricht bekommen? Was ist Blackware? I'm representing Hannah Sharp in The World of Warcraft. Is this... Das ist das Neue, oder? Ja, exklusiv. Frank... Frank... Leons Really Die. Keine Ahnung, wer das ist. Die Mienge haben sich angeguckt. Ich glaube... Suchen nach Familie und Freunden und eine Kopie von irgendwelchen Files-Akten. Weiß ich nicht. Downloaded. Sehr schön. Carth File. Und hier hat noch Porma geschrieben. I'm supposed to help you. Ja, wir waren ja schon da, ne? Ach genau, hier. Und da haben sie hier den, 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 den... Angestellten noch Bescheid gegeben, dass wir vorbeikommen dürfen. Ja, vielleicht vorher die Mail schicken. Nächsten Mal. So, was? Das ist Police Case Notes on the Cars House Arrests. Cars File. Michael, Michael, zumal. Michael? Viel weiter sind wir irgendwie noch nicht. Ich glaube, wir gehen echt nochmal mit dem Typen quatschen. Und googeln können wir noch. Also, sie ist irgendwie anders, aber... Guten Abend, so. Sir Dormen. Hi. Yes, Miss? Heute heißt der ja wirklich Dormen mit Nachnamen. Oder was? Did George know anyone named Michael? I'm afraid I don't know. Nee. Do you know who lived in the apartment across from George? I'm afraid not. I only started working here a few months ago. That apartment has been vacant the whole time. Da macht es mir nicht einfach, ja. There are tons of Case Files listed here. I'm not going to ask about them one by one. Verdammt. Also, das schon mal nicht. Was soll ich denn wissen? Äh... Handy. Handy-Schmier-Phone hier. Nicht, ja, ihr? Ist das richtig? Da kommt schon ganz viele Resorts. Nicht der einzige. Ähm... Nein, was sind meine Notes? Jetzt bin ich verwirrt. Tschüss. Kann ich hier mit ihm reden, und dass es auffällig ist, oder? Oder lieber nicht? Ich kann mich mal wieder nach oben. Ja. Also, wir haben jetzt zwar Michaels Nummer rausgefunden, aber noch nicht, wo er ist. Braucht wir noch irgendwas. Also, will ich doch noch ein bisschen was raussuchen? Will ich dir euch irgendeine Mail überlesen, so ein bisschen. Kann ja sein, dass er noch irgendwas geschrieben hat. Dass er nicht rangeht, finde ich ein bisschen schade. Aber er hat gesehen, wie... Äh... Irgendjemand wirklich gestorben ist, und dann auch die Seele getötet wurde. Das finde ich halt müde, weil normalerweise können die die ja nicht sehen. Sollten sie zumindest nicht. Hm. E-Mail, Tablet, und dann diese Grafik. Wie passt das zusammen? Ja. Es ist halt einfach sehr simpel gehalten. Was mich hat stört, sind einfach bei den E-Mails... Also, ja, okay, es muss jetzt nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse sein. Wieso sollte es auch? Aber... Keine Anrede. Ich weiß manchmal nicht, von wem die ist, an wen die ist, und... Ah. Richtig schlimm. Ich bin mir sicher, dass wir den mal irgendwie googeln müssen, oder sowas. Warte, war der jetzt richtig? Michael. George? Ich hab irgendwie keinen Anhaltspunkt gerade. Joey? Was ist going on? Haben wir noch irgendwas mit Sprechen? Ich habe eine Liste von all die... Die Ghost on... Du sagst das, wie es ist easy, die... Er hat ja keine Ahnung, sondern nur Telefon. Und hier ist kein Telefon, wie mein. Aha. So? Wir finden den Telefon, wir finden... Ich weiß nicht, eine Klühe, oder sowas. Oder sowas. Hast du noch bessere Ideen? Nein? Okay. Ich hab dich einfach... Danke. Gehe ich auch noch hin. Kein Ding. Und äh... Michael. Hatte ich, glaube ich, auch schon so eingegeben. Aber es muss halt, denke ich, irgendein... Irgendein Begriff schon dazu sein. Ist ja wie wenn man normal... Keine Ahnung. Michael. Searching. Nix. Was hat man noch irgendwas Wichtiges für den Mailsetzer? Frank Lyons. Duans? Ich kann mir gerade den Namen nicht nirgen. Ich weiß nicht, wer das ist. City Post 26. Äh... Heart Attack. Wire on a Location at the Gothic Bridge in Central Park. Gestern Abend. Ähm... Bekannt für seine ganzen Rollen in unabhängigen produzierten Filmen. Also, ja. Äh... Interlässt keine Familie. Sein letzter Film... Wasser unter der Brücke. Äh... 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 Wieso kriege ich davon ne E-Mail? Also... Äh... Und dann ist er... Während er auf der Brücke wartet, er hat... Oh, Alter. Äh... Liebes Drama mit Frank Lyons und Rebecca Chan. Können wir vielleicht nach Rebecca suchen hier. Ich glaube, da drehen wir uns aber ein bisschen im Kreis langsam. Achso, mit Fragezeichen. Natürlich, das macht einen Unterschied, ne? Wenn er seine Freundin verliert, wenn er seine Freundin verliert, dann einen reichen Rivalen, Zack. Achso, ne, Zack ist er doch. Ähm... Geht er jetzt extrem, um sie zurück zu gewinnen. Ja, diese typischen Liebestramen halt, ne? Also, beide Numbers, Plot, bla 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 bla... Achso, natürlich, äh, was heißt bla bla, aber... Jetzt ist er halt wirklich gestorben, das ist traurig. Klar, das ist für ein Passwort. Achso. Äh, wie heißt sie eben noch? Rebecca, vielleicht ist sie, dass sogar die nebenan wohnt, wenn ich nicht blöd bin. Ich bin blöd. Michael, Fragezeichen? Nein. Das hört mich grad die ganze Zeit an Phasmophobia. Ich kann nicht aufhören, an dieses Spiel zu denken. Da gab es halt auch einen Geist, der Michael heißt. Und man muss eigentlich in so eine Geisterbox reinquatschen. Und dann ruft man den Geist halt, muss mit einem anderen reden. Und ich war immer so, Michael. Weil er einfach nicht antworten wollte. So habe ich Michael zum Kopf. Aber ist da nicht irgendwas drin? Das war hart. Na, gucken wir uns so. Also letztes kannte ich jetzt wieder nicht. Hm. Fies, 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 fies. Aber es kann doch nicht alles sein. Was ist denn das hier eigentlich? Oder ich muss wirklich mit Joey irgendwie die, die Frau noch ein bisschen ausquetschen. Die muss sich noch ein bisschen weicher kneten, so. Das ist doch nicht alles hier. Ich bin bestimmt wieder in eine neue Location hier. Die ganze Zeit schon so. Die hat halt auch nichts in dem Raum. Keine Anhaltspunkte, kein gar nichts. Auch mal angucken. Das war doch auch was mit Heather, oder nicht? I know about Heather. Jay. Kennen wir irgendwie mit Jay? Joey. Joey, haha. Äh. Doch wieder gut Glück hier. Oh, ich habe irgendwie... Hä? Sehr. Ist das richtig? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann da Tablet spielen. Spielen. Wir haben nichts mit, 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 mit Heather. Ich kann ihn irgendwie auch nicht raten lassen, oder? Ich kann ihn doch... Nee, kann ich nicht. Ich kann ihn nicht raten lassen. Das ist ein bisschen schwierig hier. Hi there. Hello again, mister. What brings you by? Listen, it's really important, that you tell me who you are. What on earth could be so important? It's complicated. No. No, I don't think so. I'm enjoying this way too much. Are you sure you don't know anything about this note? No. I don't know anything about any note. Please stop asking about it. Are you sure you don't know anything about it? No. Please stop... Nah. Come on. What's your name? No. This is too much fun. You'll figure it out. Everyone recognizes me eventually. Wer soll die denn sein? Well, whoever you are, I'll see you around. Say hi to George for me, if you see him. Aber George kannte ihn offensichtlich. Also, äh, sie... Jetzt gibt es solche Gegend hier. George hat aber definitiv keine, äh, ja... ...keine Hinweise weiter hinterlassen. Wer ist denn das für eine Wohnung hier? Aber gut. Das ist Schluss. Da geht der Pfeil nicht weiter. Ah, warum weiß der Typ nicht, wer da noch bei George gewohnt hat? Warum weiß er es nicht? Was ist denn das für eine Wohnung hier? Kaffee aufs Tablet schütten und dann? Vielleicht unten bei der Box, dass es zufällig direkt in der Kiste liegt? Das wird vielleicht das Telefon irgendwie tracken müssen? Der konnte uns auch nichts sagen, ne? Hi. Yes, Miss? Den Farbfilm vergessen. Mein... Michael. Weiß? Weiß? Woher ist das schon wieder? Oder... Oder hier, was auch passt. Vielleicht gehen wir direkt nochmal in die Gürsche. Ich kenne nur den Holz, Michel. Keine Ahnung. Was für ein Farbfilm. Kenne ich das echt nicht, nein. Ich habe am Wochenende wieder viel, äh, Seemanns Lieder gehört. Das habe ich getan. Das Gute weiß ich nicht. Ja, und würdest du bitte Ihren Lied aufhören? Entschuldigung. Entschuldigung. Kennst du irgendwelche Michaelsen? In meiner Linie von Arbeit. Ich kenne mehr, als ich kümmern kann. Von Nina Hagen? Nein, ich glaube nicht. Hat die so viel Musik gemacht? Was ist das schon so voll? Oh, holy shit, was ist denn für ein Text vor hier? Der ganze, ist das die ganzen Lyrics, oder? Oh, Gott. Ich liess das einfach mal nicht vor. Okay, die ganze. Wo hast du den Pfaffel vergessen? Oh nein. Na toll. Das ist auswendig. Also, wenn man das nicht auswendig kennt, weiß ich auch nicht. Ja gut, dann ist es auch richtig mein Fehler. Ich muss auch mit Sachen zu spielen, die ich in der Hand habe hier. Ich finde das so schnell. Ah, da liegt doch hier irgendwo eine Bank oder so dahinter. No answer. Bitte? Ist es von 72, 73? Oder... Oder wofür das? Wieso bin ich so verwirrt? Was hatten Sie eigentlich gesagt? Mäh. Aber ich glaube, ich habe schon... Ich habe eigentlich, was ich brauche. Ich bin nur gerade so blöd, um nachzuforschen. Ja, war nett. Das ist, dass man direkt rein kann. Ich habe auch nur Kaffee. Kann ich da was mit dir kippen? Ich bin nur sicher. Ich bin nur sicher. Ich verstehe immer ein paar Sachen. Sehr schnell, sehr falsch. Ich muss irgendwas aus diesem Tablet rausziehen können. Ich bin mir ziemlich sicher. Die Fond... Die Fondnummer... ...haben wir schon probiert. Die gute E-Mail. Wir sind alle in Gefahr. Something has happened to me. Something terrible. Ich bin sehr... Es ist mir sehr ernst. Es ist nicht nur einfach gestorben. Die Seele wurde auseinandergerissen. Ich habe es gesehen. Es hat mir auch passiert uns allen. Erinnerst du dich an P? Fragezeichen. Lange Zeit gestorben. P? Was ist denn jetzt mit der P? Das sind dann... Das hört sich super, super fanatisch an hier. Also auch ein bisschen Befolgungszahn hier. Aber wer? Wer? Die haben ja eigentlich nach uns gesucht. Was ist das Nummer auf das Kontraktstor? Ja, keine Ahnung. Ich bin mir fast sicher, dass wir mit dem... Warte mal, vielleicht... Draußen? Was ist das? Für die Höhe kann ich gerade nicht viel machen, ne? Also P, Heather, Jay, wir haben so viele, und Michael, so viele Kürzelchen und Namen, aber irgendwie nichts, was zusammengehört so richtig. Was mit Michael zu tun? Nichts, was wir wüssten. Äh, Voice of Nine überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist schon ein sehr langer Jahr, dass es mir das mal aus Versehen passiert ist. Ich habe halt gar kein Fernsehen. Ich gucke eigentlich auch gar kein Fernsehen. Ja, muss ich sagen. Nach dem Film habe ich eigentlich schon geguckt jetzt, nach den... Hätte ich doch schon runtergeladen. Das heißt, ich noch mal runter. Egal. Vielleicht ist die das? Jane Doe ist ja immer, wenn die unbekannt sind. Aber ich dachte, ich habe die Sachen runtergeladen. Ich will jetzt durchwühlen hier. Vielleicht müssen wir noch mal mit dem Typen reden. Vielleicht gehen wir wirklich noch mal zur Polizei. Dann belabere ich den Typen. Nicht, dass ich es mir vorstellen könnte, aber vielleicht hat er zufällig... Ahnung, ich meine, es ist ein Mord passiert. Vielleicht ganz zufällig... Haben sie was davon gehört? So als Polizisten. Ich meine, es ist ein Mord. Das ist ein Mord. Ich meine, es ist ein Mord. Das ist ein Mord. Sieht mal richtig gut. Shit. Ah, Mann, ey. Ich habe da auch keine Adresse. Nicht wirklich, aber ich kann es dir für dich tracen. Nice. Wo hast du es gefunden? Ich habe es auf George Austins Telefon gefunden. Oh, wir haben das Nummer bereits gelesen. Du hast es? Ja, es gehört zu Grace Church. Wahrscheinlich, um Donation zu fragen oder was. Ja, oder was. Hm, danke trotzdem. Das ist super Suspekt. Äh, was hatten wir noch? Es gibt viele Fälle hier. Ich bin nicht... Belabere hat schon mal von uns gehört. Ähm, du musst dich mehr spezifisch sein als das. Wie viel hat der Nachname? Sechste. Sechste. Der ist voll eifersüchtig darauf gew... ...so offensichtlich darauf gewesen, so. Stefan Nikupisch. Gute Version von dem Titel. Das wurde nochmal gesungen. Well, I bet. Sure. Shit. Finde ich ja krass. So, angeblich, äh, Telefonnummer kann man darum fragen hier. Warum kommt der Geist nicht mit? Mag er, mag er das nicht? Ja. Ja. Ich habe mit der Polizei verstanden. Dieses Nummer liegt an einem Telefon in der Kirche. Ha! Ein Mann, den ich für mich für suche, hat einen Telefon von diesem Nummer. Sein Name ist Michael. Es ist sehr wichtig, dass ich ihn finde. Ich bin Angst, dass ich nicht wissen, wer du mit dir sprechen möchtest. Ich bin sorry. Es kann doch nicht wahr sein. Was ist das der Zeug? Ich finde einfach der Nachname. Ich finde einfach der Nachname. In meiner Linie von Arbeit. Ich weiß mehr, als ich kann. Hm. Der verarscht uns mit Absicht. Der weiß genau, wo bin ich meine. Der Telefon, der dieses Nummer benutzt, wo ist es? Warum musst du das wissen? Michael hat das Telefon benutzt. Vielleicht hat er eine Klug hinterlassen, wenn er es getan hat. Er hat sich gerade verblabbert. Dieser Trottel. Warte, Cooper? Entschuldigung? Du hast Michael Cooper gesagt. Der Arsch, ey. Nein, ich habe einfach gesagt, dass sein Name war Michael. So, du hast es. Es ist so einfach gewesen. Überleg mal. Okay, wir haben einen Michael Cooper. Das ist doch schon mal was anderes. Well, thanks. Verrascht er uns hier? Was sagt denn Google dazu? Ja. Irgendwie... Schon tot, oder was? Ach ne, er war hier angestellt. Ich würde schon sagen. Äh, currently was unknown. Theological Seminary Alumni. Ha. Ha, 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 ha. Ist das alles, was wir haben? Excuse me. Yeah. Hähn... Ha... ... Ich muss ihn ja retten, ja so. Er ist in der Schule. Es ist dicht für den Winterbreak, also es scheint, wie ein guter Ort, dass ich ihn schiebe. Hier ist ein Kuss. Die Entrance ist um die Körner. Bitte, mach was du musst. Um die Ecke. Just, nicht hier zurückkommen. Okay, neue Location. Die Ecke ist in der Schule. Ich denke, mit unserem Rekord, es war nur ein Wettbewerb. Die Entrance zu der Schule ist um die Körner. Ich dachte, wir müssten erst rausfinden, was das mit der Frau auf dem Dach mit sich zu tun hat. Aber es ist scheinbar erst mal nicht so wichtig. Achso, das verändert sich einfach. Völlig fasziniert von so einem Zeichdinger. So einer Ampel. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wettbewerb. Oh, das sieht noch aus. Das ist ein Wettbewerb. Achso, das ist er. Ich meine, das ist ein Wettbewerb. Wie soll ich sein? Wieso ich? Ich weiß davon gar nichts. Ich mache nicht auf die Pläne mit mir. Ich frage mich, dass ich mich angestellt habe, warum da jemand hinter den Herr sein sollte. Warum ist schon hier so klein? Ich kann ihn echt sehen? Er hat ja gesagt, er hat sowas schon mal beobachtet. Du bist so überrascht. Wie könnte ich wissen, wer du warst? Jetzt raus. Du hast nichts, aber Probleme seit George zu suchen. Ah, das stimmt. Ach, guck mal. Die kennen wir doch auch. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Malone, Blackwell. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Sie kennen wir eigentlich nur aus irgendwelchen Rückblenden. Mit einer anderen Frau, die da zusammen mit ihr rumgelaufen ist, aber die mochte die nicht. Die hat die dann irgendwann in der anderen Welt eingesperrt so ein bisschen. Noch ein bisschen traurig. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben auch ganz viele Fragen. Wir haben auch ganz viele Fragen. Ja, wir haben auch ganz viele Fragen. Wir haben schon seitdem wir uns verlassen. Wie ist das? Wir haben wir nur noch sehen uns. Nein. Wir haben einen alten Mann mal nach dem Tod. Der erste war ein altes Mann auf der Decke des Todes. Er hat sich geschlappt seit sechs Wochen vor dem Inevitable zu sein. Wenn der altes Mann überrascht, ich bin zu ihm gegründet. Sie rennt sich immer wieder. Ah ok, sie ist also verstorben, deswegen kommt sie dann weiter. Katz hat eigentlich noch zwei Leckerl, die so offen, ne? We saw a soul being torn apart and could do nothing, I'm afraid my host became a little...unreasonable after that. Katzenform, gus...why was George looking for me? We needed a bestower, a proper bestower. My host and I were not up to the task. It might be due to my time in the void. It might be because my host's soul has been marked by whatever is out there. But in any case, our abilities are limited. We cannot even help lost souls move on as you do. We can see them and talk to them, but that is all. Hence why we needed you. Lucky us. Ich könnte so ein bisschen quetschen, aber die können die nicht wegschicken, so wie wir das dann manchmal tun. So what can we do? We don't even know what's going on. Ja, das passiert halt manchmal. Oh, ein ganzer Hinterbild dabei, kurz wieder her und... Ich kann nicht gleich die Leckerlis aus-schmeißen und üblich waren. Ich hab mich vorhin erst gesehen, dass die noch da waren. Ich hab's von mir ja gar nicht mitgekommen gehabt, hier. Oh, die Kamera geht nach unten. Ihr wisst schon. Katzen, wenn du davor bist, sehe ich nicht mal, wo die Leckerlis sind. Äh, komm zurück. Und freut sich hier einfach nur, aber weiß gar nicht... Bitte, bitte, bitte! Ja, ich mag dich auch. Du magst aber nur die Leckerlis. Kannst du bitte calm down hier? Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall schon mal. Äh. Ist hier gleich die... Alter, Katze, bleib mal ruhig hier. Locker flockig hier. So, wo ist es? Wo wirst du angefasst? Ah! Quasi mein Finger mit verschlungen. Richtig angesabbert, ey. Holy shit. Ach, bist du eklig. Eine ganze Katzendusche hier. Einfach mein Finger verschlungen. Die Katze. Guck mal hier vorne. Au, au, au. Hier, da kann ich dir mal ein bisschen angucken hier. Alles gut, freut mich. Ach, ich hab nur Katzensabber nachhand hier. Mir geht's auch, wie gesagt, gut soweit. Ach, Wochenende war ein bisschen meh. Abgesehen davon, schön fast mein Vogel halt gespielt, ne? Das, was mich gerade so umtreibt. Wie ich den Katzen nach weiterspielen könnte. So, Katze. Das war's. Oh nein, da sitzt noch eine andere Katze. Ach, die kriege ich ja später. Nein, es gibt jetzt nichts. Ich hab grad noch Pfötchen gekriegt. Nein, das war's. Nichts, nichts. Nichts, nichts. Nein, das war's? Nein, das war's. Nein, das war's. Nein, das war's. Ich hab's nicht mehr als früher berühren. Ich hab's nicht mehr als ich noch mehr zu tun. Aber es ist es besser als auch selbst in die V Sapke. Aber es ist besser als je zu verabschieden in der Vodeid. Es war's. Ich habe deine Stimme, wirklich. Das war's. Ich habe mich zu spüren. Ich habe hier rechts und links eine Hand. Okay, ihr seht das gerade nicht so gut, aber sie fässt halt immer genau mit der Foto so davor hin und her. Das ist die andere. Und hier? Man sieht es wieder nicht, ne? Genau die Katze ist davor und macht aber rechts und links die Foto drauf. Dann zeige ich beide Fötchen. Dann gibt es ja wieder Leckerlieben, wenn man die anfasst. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihr eine Klingel gebe, aber das wird dann richtig laut und nervig. Richtig hardcore am Antatschen hier. Die Hand? Ich bin mir sicher, dass es die rechte Hand ist. Wenn du die rechte Hand anfällst, dann ist es wieder ein Leckerlie, nicht? Und dann werde ich immer zwischendurch angeguckt. Das ist doch super traurig. Nein, Koko, das reicht. Die ist so verfressen, die kleine Katze. Okay. Auf jeden Fall müssen wir ihr helfen. Völlig ignoriert, das ganze Gespräch hier. Um, du bist nicht in der Luft. Ich weiß, dass es neuge, dass es nicht in der Luft, sondern das ça und ihr Freunde. Hier sind es nicht in der Luft. Aber natürlich, es kam bei einem kosten. Und je hat vier Folgen... Was kannst du erzählen mir über Fr. Michael? dude aime, ist mein Mann. Wir haben nicht die Zeit, wir haben uns mehr im Moment zu kennen. Ist er immer so nett, oder? Ich habe es some pfasen für ihn. Er hat seinen Onkel, seine Schwester und seine Freunde verloren. Er hat den Spiritswelt und den möglichen Verlust seiner eigenen Säule verloren. Alles in den Spanien von ein paar Wochen. Wenn jemand etwas Verständnis erhält, ist es er. Dann fragst du, warum ist der Storbe überhaupt? Doch der Wiffel hat viel Erfolg für die Jagd. Shit. Das ist meine Tutie. Ich bin nie aufgepasst, wie immer. Kennst du ein Ort, das die Karth House nennt? Ich bin froh, dass ich nicht mache. Ich habe ein Kissen im Gesicht. Ich bin sicher. Gut. Äh, achso. Warum lässt du den Vater Michael dich so umdrehen? Das ist, was mein Host wünscht. So? Nur so. Ich muss das, was mein Host hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kannst du den Grün nochmal reinschmeißen? Kann ich? Ach, das Ding ist davor. Oh. Ja gut, das wird glaube ich nichts. Ich denke, wir müssen wirklich... Oh, krass. Ja, der schmeißt das nur raus. Okay, also wir müssen uns wirklich um die Lady auf dem Dach kümmern. Die ist nicht optional oder so. So, Katzenakista. Ach man, ich gehäusche hier immer den ganzen Tag. Weiß ich jetzt irgendwas über sie? Habe ich irgendetwas in Erfahrung gebracht? Die kann eigentlich sowieso nicht mit ihr reden. Das wird nix. Ich hoffe sie gerade will den Namen sagen. Ich habe auch nicht zugehört. Das ist alles. Die Jagd hat begonnen. Oh nein. Der Holzfüller ist ausgerastet. Das tut mir leid. Hi there. Hello again. What brings you? Come on. No, you'll figure. Hä? Well. Say hi. Das ist mir wirklich verwirrt. Ich dachte, ich wüsste jetzt irgendwie mehr. Weiß ich nicht mehr. Können wir sprechen? Chuch, 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 chuch. What? Michael looks scared out of his mind. Guess I can't blame him considering. Let's keep talking to him. Ja, das hatte ich eigentlich probiert, aber es hat nicht funktioniert. Aber ich muss doch mit dem Browser... Ein Kissen hält wohl keine Axt auf. Nee, nicht wirklich. Wenn man so drüber nachdenkt, ne? Schade eigentlich. Das muss schon ein sehr, sehr breites, hartes Kissen sein. Aber wer mag solche Kissen im Gesicht haben? Kann ich noch irgendwas zu besprechen? Nee. Ich soll wirklich weiter mit ihm reden. Ah, wieso kommt das alles her? Oh, was die Kissen ist? Oh, was die Kissen? Oh, was sie in Alter haben? Oh, was die Kissen oder so? Oh, was die Kissen? Oh, das ist ja cool. Oh, was das Kissen? So flackert voll die ihm nicht. Ich hoffe, ihr seht das so halbwegs, dass nichts abgeschnitten ist. Wie hat er gelernt, was passiert? Du meinst, dass unsere Seelen getestet wurden? Ja. Es war ein paar Wochen vor. Ich war auf dem Bett von einem Freund. Jeffrey, wie er war. Jeffrey, wie J? Er ging in die Grace Group zurück in den Tag, wie ich. Er war in einem Auto-Akzident. Er war da. Er sterbte und er wollte mich da. Und wenn er sterbte, ich sah ihn. Sein Gehirn hat er geblendet. Er schreit. Ich werde nie vergessen, dass er schreit. Ich weiß, ich sah ihn, auch. Anyway, mit Madeline's Hilfe, ich beginne zu schauen, in die andere Mitglieder der Gruppe. Und habe gelernt, es war zu all uns passiert. Du weißt, die rest. So, ihr arbeitet mit Madeline? Working? Ich glaube, ihr könnt es sagen, das. Ich habe zu beschäftigt, um es zu sagen, zu geben, es zu sagen, dass es eine sehr gute Idee ist. Ja, extra Effort mit uns zu reden. Es tut mir ja leid. Ich glaube, ihr könnt mich über die Grace Group. Es war ein Kindes-Self-Help-Gruppe. Über 20 Jahre alt. Ich war ein ganz anderes Person. Ich glaube, ihr könnt mich an Alkoholik, obwohl ich nicht gesagt habe, es zu sagen. Dann sah ich ein Ad in der newspaper. Es hat sich geholfen, die Leute wie ich mich finden. Es war ein Kindes-Self-Help-Gruppe. Aber ich ging zu einem Meeting, auch. Ich weiß nicht viel über die Meetings, aber irgendwie, ich habe herausgefunden, dass ich eine Seminare-School zu gehen, etwas, das ich zu tun hatte. Es hat alles Sinn gemacht. Es hat Sinn gemacht? Ich wusste, es war etwas, was ich zu tun war. Und ich war richtig. Ich weiß nicht, ob ich eine Katze vermisse. Ich weiß nicht, ob ich eine Katze vermisse. Aber ich habe etwas zu tun. Ich kann etwas tun. Ich bin kein Bestes-Hopper, wie du bist. Madeline sagt, sie hat uns verholtzt. Oder ich habe mich verholtzt. Oder etwas. Sie hat uns nicht wissen. Mir machen Sie, wenn ich was, was du tun kannst, ich wäre da draußen, zuhören zu vermeiden. Aber ich kann nicht. All ich kann tun, ist es zuhören. Das ist ein Kindes-Hopper. Er ist ein Kindes-Hopper. Er ist wirklich? Er ist ein Kindes-Hopper. Er ist nicht. Er ist nicht. Ich habe ihn verraten. There are tons of case files listed here. I'm not going to ask about them one by one. What happened at these meetings? That's just it. I don't remember. Until recently, I never questioned it before. How messed up is that? I'd go, I'd sit down, and leave. I'd meet with the other members for coffee afterward. What on earth did we talk about? We must have found something. But I do remember a man. Benjiro. He ran the meetings. Benjiro? Yeah, Japanese guy. I don't remember anything else about him. Komischer Name. But we have his name. How many people went to these meetings? I remember the names, I mean, they are dead. Their souls were taken. Even still, tell me. Heather is also definitely the lady. So, the man who ran the grace group, he was like, Benjiro. Yeah, Japanese guy. I don't remember anything else about him. Could you tell me about Jeffrey? God, Jeffrey Dutta. Talk about transfiguration. When he walked into that grace group meeting, I thought he was in the wrong place. I mean, the guy was a Wall Street broker for crying out loud. He could have bought the church and everything in it. But he later confessed, that he tried to kill himself. Twice. So, what happened to him? He became a professional dog walker. Can you believe it? He used to pocket millions a year plus bonuses. Then he was picking up dog crap for $25 an hour and smiling about it. 25, don't you? He was hit by a car crossing the street. He was hit by a car crossing the street. He was hit by a car crossing the street. I was at his bedside when he died. Madeline had been around for about a month at that point. So, I saw his spirit rise from his body. I thought I was supposed to help him. But instead I... You know what happened next. Hmm. He had was schlimmest gesehen. Could you tell me about Peter? Peter Fielding, yes. I never had much contact with him. He died several months ago. I'm afraid it's too late for him. You saw his soul being taken? Well, no. He died before Madeline came into my life. So, I can't say for sure. But he went to Grace Group meetings. And he's dead. What other conclusion can I reach? Tell me about Heather Goffstein. You said she was a member of your group. Yes. She was one of us. I asked George if he knew where she was. He told me she was dead. I'm afraid it's too late for her. Is this like Peter? Did you actually see her soul being taken? No, I didn't. Thank heaven I didn't. Seeing it happen once is more than I can take. Und dann ist Jay auf jeden Fall Jeffrey und er weiß das. Ach, keine Ahnung. Müssen Sie es mal angucken. How exactly did Peter Fielding die? Why? Are you going to try and find a spirit? There is no spirit. It's gone. You said it yourself. You don't know for sure. It was some kind of accident. I'm not sure of the details. I read about his death in the Oblivion. I'm not sure of the details. I'm not sure of the details. But I said a prayer for him. Can you tell me again how Peter Fielding died? I told you before. Just humor me. It was some kind of accident. I read about his death in the Oblivion. I read about his death in the Oblivion. How did Heather Goffstein die? I'm afraid I don't know. George was the one who kept in touch with her. He told me she died, but he didn't tell me how or when. I think it is always more power. I think it's Heather's. We have that. That should all be all of it now. Oh, my God. All right, Michael. Yes, for sure. Weren't we? Madeline, I'll find something? Yes, Black. Okay. Okay. Katzen springen schon durch die Ehe und trocken. Gut. Ich denke, wir haben jetzt wirklich den Beweis, dass es Heather... wie auch so immer ist. Ähm, hier. Joey. Ich würde noch mal gucken, was auf dem... auf der Note steht. Ist ja wohl auch wieder so ein Hinweis, dass sie das vielleicht sein müsste. Sie war mit Jay in Kontakt, sie war mit George in Kontakt, also dann ist das eine All-Wort-Heather-Jay. Ich meine, wir haben auch keinen weiblichen Namen weiter. Ich kenne ihn doch! Willst du mich verarschen? Ich verstehe nicht, warum ich nichts weiter bei ihm machen darf. Also, wir können es auch anders machen. Ich mache das so und dann mache ich das so. Joey, geh in hier! Was ist das? Joey, ich würde... Ich muss nochmal meine nächsten Vorgänge hier jetzt irgendwie planen. Michael gab uns ein paar Namen. Wir sollten wahrscheinlich sie in sie schauen. Okay, ansonsten einfach googeln. Na gut, das können wir auch machen, ne? Wie hießen die? Benjiro? Das ist auch, glaube ich, kein Name, der so häufig vorkommt hier. Hoffentlich aber nichts selber klar. Geoffrey Dutta. Was ist denn das? Ist das so? Ne, ist falsch geschrieben. Geoffrey Dutta. Ne. Peter Field? Fielding? Ne. Aber wenn sie eine Art Hund hat, das müssen wir sie auf jeden Fall finden. Und okay, dann haben wir hier auf jeden Fall noch einen Gym. Äh, 58. Verstorben. Personal, Trainer, Personal. Na gut. Und, nein, nicht. Noch mal suchen. Heather Goff Stein. Nix. Oh Mann ey. Aber wir haben eine neue Location. So ein Mist hier. Es geht schon wieder so ein bisschen schleppend. Da. Ist sogar noch Action hier drin. Oh, natürlich. Die Keycard. Joey, wärst du so freundlich. Oh, natürlich. Die Keycard. Joey, wärst du so freundlich. Tanja Korsi. Aber... Good morning. Warum... Warum... Es hängt ein Bild von ihr hier, ey. Mit hier durchzieht, ey. Oh shit. Run, run, run. Like our hamster on a wheel. Das ist wirklich cool. Die TV, die ein bisschen energetisch, broad und Yoga-Pants zeigen. Die Mannes-Locker-Rum. Glücklich, ich kann es nicht mehr riechen. Wahrscheinlich niemanden da drin mit mir. Ich geh mir aber mal rein, oder? Wenn's geht. Hau mich wieder einer aufgemalt an der Wand. Oh nein, er ist durch. Und hier gleich obviers Schrank. Niemand hier. Hey, sieht es richtig aus? Geräusch, sieht es richtig aus? Was sieht richtig aus? Die Lichtbund. Ich kann sagen, dass es blinken wird. Es sieht gut aus. Huh. Ich muss alles mit mir selbst machen. Das ist... Ach so, das ist nur irgendwelches... Just eine vergangenen Taille. Ja, mit ihm reden natürlich, ne? Was haben Sie denn? Hey, Freund. Können wir uns für einen Moment reden? Sind Sie sicher, dass es nichts mit dem Licht ist? Ich bin kein Experte, aber es sieht gut aus. Well, was kann ich für Sie tun? Was ist denn mit dem scheiß Licht, Mann? So, was ist die Geschichte mit den Lichtern? Ich... weiß nicht. Es macht mich verrückt. Es ist etwas falsch mit ihnen. Ich kann es wissen. Well, wie ich gesagt habe, sie sind total gut für mich. Ich muss nur noch aufhören. Hey, ist dein Name Peter Fielding, bei any chance? Das ist ich. Warum? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Du gehst dieses Licht, oder? Ja, ich weiß nicht. Mein Vater hat es gebaut. Du könntest sagen, es ist eine Familie. Ich habe es über 20 Jahre alt. Es scheint, wie es heute ist. Nice place, du hast hier. Danke. Du hast es gesehen? Ah, nein. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es wird mir sehr gut sein. Es ist unglaublich, wie viele Leute denken das. Du bist jung. Du bist jung. Du bist immer noch stark. Aber Zeit wird mit dir gewinnen. Du bist noch gegründet. Du bist in der Chor, Peter. Aber ich bin noch nicht interessiert. Ja, wir sind hier, wenn du uns brauchen. Ja, mir wird das nicht mehr tun. Wie fühlst du? Fine. Wie? Du fühlst dich überhaupt nicht? Du fühlst nicht wirklich? Na, just hypothetically, du fühlst nicht wie du dich will? Was, wie indigestion? Nicht sehr. Ich bin auf eine strikte Diät von wheatgrass shakes und Fiber. Fiber. Indigestion ist das letzte, was ich mich überraschen muss. Also, du stehst diesen Ort mit deinem alten Mann, oder? Ja, so. Er hat es gebaut, als er die Armee verlassen hat. Ich habe ihn lange vorgebracht. Also, du stehst diesen Ort mit deinem alten Mann, oder? Ja, so. Er hat es gebaut, als er die Armee verlassen hat. Ich habe ihn lange vorgebracht. So würde ich aussehen, wenn ich einen Schnurrbart hätte. Also, du stehst diesen Ort mit deinem alten Mann, oder? Ja, so. Er hat es gebaut, als er... Ja, gut, okay. Nix. Ähm... Kennst du Heather Goffstein? Du kennst Heather. Kindlich. Wow, Heather. Ich habe diesen Namen in lange Zeit gehört. Wow, okay. Also, erzähl mir über dich, Peter. Ich bin der Typ, der deinen Schein in Schick schlägt. Ah, gut, wir sehen. Das sind deine Katzen da. Guck mich nie so an. Wann du das? Wann du Jeffrey Dutta? Wann du auch Jeff? Nicht wirklich, ich habe ihn einfach gehört. Ein guter Mann. Ich habe mich auf meinem Nachwuchs' Hund, als er auf vacation war. Wann du das, was ich denke, über Benjiro? Er hat die Grace-Gruppe-Metings gespielt. Wann? 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 Wann habe ich die Antwort bekommen? Ist nicht toll. Wann? 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 Wann ist das nicht mehr so? Du kennst alle, nicht wahr? Ich komme hierher. Michael, ich habe den Namen noch nicht gehört. Wie ist er? Er hat bessere Tage gesehen. Ich bin entschuldig, dass du das hörst. Er wird durch. Er hat es immer. Hast du nie gehört von der Grace-Gruppe? Ich verstehe, dass du ein paar Gespräche gehst. Du kennst das? Natürlich. Ja, ich ging zu ein paar Gespräche. Das war alles, was ich brauchte. Warum ist das? Ich war damals nicht der größte Fokus. Es ist eine lange Geschichte, aber im Endeffekt habe ich mit meinem Vater gearbeitet. Es war mein Leben seitdem. Du hast es. Ich werde hier sein. Ich muss nur sehen, was mit dieser verdammten Licht ist. Geräusche von hinten. Wie sie da immer noch steht. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Namen von dem Geistchen. Jemand, denke ich, zu ihr als nächstes. So, ich habe Peter. Peter? Peter Fielding? Ja, er ist sicher und sound. Spiritually speaking, in any way. Huh. Michael war sicher, dass Peter's ghost was taken. Just between you and me, Michael doesn't look to be sure about very much. Oh. Pro-so-so-so-so. So, have you heard of this Tanya Corsi person? Tanya Corsi? Was she in the gym? No, it's the name of our roof spook. Is she famous or something? You could say that. She has a TV show. I think you mean she had a TV show. Let's get going. Hard. Hard. Aber ja, genau. Sie hatte mal scheinbar Fernsehauftritte, was auch immer. Dann... Kann man sie schon als Wohnpett bezeichnen, klar. Why not? Gaff's bestimmt nicht nicht. Alles ausgedacht hier. Hi there. Hello again, mister. What brings you by? You're Tanya Corsi, aren't you? Ach, sieh mal nachfragen. I knew you'd get it. That's me. Tanya Corsi. Host of the Good Morning Show on Channel 11. Now all the mystery is gone. So eine Lady ist das. Na toll. Are you sure you don't know anything about this note? No. I don't know anything about any note. Please stop. Notes. Dann halt über andere Notes. Äh, fangen wir oben an. Aber ich denke, sie war nicht dabei. No, I haven't. Sorry. Do you know a Michael Cooper? I don't. Sorry. Na, ich bin da so ernst. Könnt du lügen? So, Tanya. Tell me about yourself. Ha. You want to get to know the real Tanya Corsi. The Tanya that you don't read about in the tabloids and magazines? If you let me. I barely know you, Mr. Malone. Although if you swing by more often, you might own a stinger view. Angst. Do you ever go to the Karth House? Dumpy place in Chelsea? Sorry. No. Does somebody get to Karth House Benjiro? Does the name Benjiro ring any bells? Benjiro? Is that Japanese? I believe so. Sorry. I don't know anyone named Benjiro. Those were Ansel Crumpions. Do you know a guy named Jeffrey Dutta? Hmm. Sorry. I don't. So, I heard you go to Peter Fielding's gym. I do. Or rather, I did. After what happened to him, I just couldn't. You mean his? Death? Yes. So senseless. Do you know a Heather Goffstein? No. No, I don't. Sorry. Come on. That note on the floor, it has Heather written on it. So? Like I told you, it has no meaning to me. I don't know any Heather. Are you sure you don't know? No. Please stop. Do you know a Heather Goffstein? No. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Come on. That note on the floor, it has Heather. So? I don't. Well, Tanya, I have to get going. Ta. Taha. Ja, die auch. Tata. Tata. Oh, vielleicht auf der anderen Seite ist noch was. I know about Heather, Jay. Ja, was weiß er denn? Ist die Frage. Was wissen wir denn jetzt? Denn er hat uns auch nicht viel gebracht. Muss ich noch ein bisschen Sachen kombinieren? Rosa, Rosa, Rosa. Schmirgelpögel. Äh. Heather und Jeffrey. I can't see any connection. Tanja und Peter. No, I don't see any connection at all. Ah. No, I don't. Also da hätte jetzt irgendwas kommen für dich. Ist da was Neues? Hm. Ich dachte irgendwie das klingt so, aber kommt mir nur so vor. Äh, was ist denn so an die Sekolaren hier? Ah, das müssen wir uns eigentlich um irgendwen kümmern. Ich hab, ich keine Ahnung, mit wem wir antragen wollen. Ich hab, ich hab die richtig nicht geschrieben überhaupt. Search for what I think. Ähm. Tanja Corsay. Vielleicht finden wir noch irgendwas raus über sie. Ist das, äh, das ist bestimmt falsch, oder? Tanja war der Host des Good Morning Show. Ich erinnere mich, dass sie einen neuen Host bekommen haben, aber ich wusste nicht, dass das die Grund war. Channel 11. Ah, okay. Neue Location. So einfach kannst gehen hier. Charming and bubbly Host. Okay. Dann gehen wir halt zu den, äh, Newsleuten. Da, 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 da. Wo ist das? Hm? Da. News, Newsroom. Hm, 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 hm. Jetzt kommen die Anfragen. Oh, blödgelaufen. Oh, blödgelaufen. Ja, okay. Jim Pebbles. Äh, womit kommen wir denn an? Ja. Tanya. What can you tell me about Tanya? I liked her. Some anchors think they're the be-all and end-all. But not her. She knew we were all in this together. And worked well with all of us. That's how you make a news show. Everyone needs to help each other. Ah, wie süß. Ähm. A note was found in Tanyas apartment. It was signed J. And? And your name begins with J. Did you write it? Seriously? You're in journalism. You know that any lead is worth following. Sorry, I didn't write any note to Tanya. Not that I remember. Do you know a priest by the name of Michael Cooper? I'm afraid I haven't been to church in a long time. There's the self-help circle that helped me a long time ago. It was called the Grace Group. Have you ever heard of it? Sorry, no. Ah, I believe I have ever heard of it. Ouch. Can you tell me about yourself? Me? Well, what you see is what you get. I started working at a copywriter's desk about 30 years ago. I worked my way up to the producer. Did you hear ever since? This is not exciting, right? No. Thanks for your time, Mr. Peoples. I might be back later. Sure thing. I'm not going anywhere. Was mit Joey noch? I wouldn't know how to use it, even if I could. Verdammt. Ich habe hier nicht mehr Möglichkeiten. Wir sind nicht hier, um das Ding zu sehen. Ich frag mich halt, ob das schon reicht. Ich befürchte mich nicht. Das wird nur seinen Namen haben, um den zu erwähnen. Ich würd's versuchen, oder? syndrom. Hm. Wuhh. Wo es geht? Wir sind die Fenster. Ich habe das Ding zu treffen. Wo es ist. Das ist mir doch möglich. Nichts. Gar nichts. Ich verstehe halt nicht, wie ich sie dazu kriegen kann, ta. Dass sie langsam versteht, dass sie tot ist. Das muss doch nicht möglich sein hier. Ich befürchte, wir müssen heute was im Sender finden. Im Newsroom. Ich muss vielleicht gleich Nachricht kommen. Äh, Rosa, Rosa, Rosa. Was hat man noch für einen Namen? Okay, ist hier noch was zu finden? Muss da was geben? Achso, die hatten wir ja... Hä? Achso, das ist die andere. Ähm. Ich weiß noch nicht, ob ich es falsch schreibe. Achso, er hat ja noch den Unfall. Ach ja, das ist ja der Typ in der Dings. Haben wir ja auch noch. Äh, dann gehen wir glaube ich nochmal zurück zur Sporthalle da. Zum Gym. Welches ist da denn noch was für uns? Die kommt da nicht so schnell rein. Ein Kalender mit einem Marken. Wann war ich bei den Frauen drin? Man muss denn mal nachgucken, ne? Ja. Hey, ist jemand hier drin? Anyone? Bitte? Nein. Na. Na. Na, das war verweichend. Ja. Na. 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 Ich muss da mit dem Vaterun sagen. Wie ist das? Was ist das denn, okay? Wie hieß der Typ nochmal? Peter... Peterfeld... Fielding? Da muss doch irgendwas über seinen Vater vielleicht noch zu finden sein. Der ist doch nicht 58! Sieht so viel jünger aus! Äh... Armin? Jim? Es ist Jim an sich. Viel zu Jim! Neee... Gibt's hier gar nichts! Geh da rein! Warum wird die nicht fertig mit drin? Wieso nicht? Es ist schön und warm in da. Natürlich auch so mit einer Eisfaktorie. Wieder rein... Okay, Joey... Lass uns irgendwas reinfallen. Ich hab doch gesagt, der sieht nicht so aus. Einfach Ende im Gelände. Pust du das jetzt runter? Ich kann ja der Lady ins Gesicht pusten. Vielleicht freut die sich dann. Das funktioniert bestimmt. Das ist eigentlich auch noch verdächtig. Das ist eigentlich auch noch verdächtig. Wichtig! Meine Aufgabe ist jetzt quasi, mit jedem von den Leuten mal zu quatschen und irgendwie... ... was rauszufinden. Ich glaub echt, wie ich das machen soll. Ich glaub, wir gehen noch mal zurück zu... zu... zu Dings... zu... zu... Wow, Micah... ... und sagt ihm, dass... ... sein Kumpel noch lebt. Ja, okay. Aber was über George und Lea? Von meinem Verständnis... ... waren sie bewusst, dass sie ihre Todes waren, als sie getötet wurden. Ja, sie waren. Dann ist deine Antwort. Sie waren spirituell bereit, diese Welt zu verlassen. Und so waren wir vulnerabel. Das... Filding, war es? Er ist wirklich ein glücklicher Mensch. Bis er sich bewusst ist, dass er nicht getötet ist. Okay, also könnten wir ihn immer noch retten. Wir würden uns beeilen. Wir würden uns beeilen. Äh, ich brauch so eine Gymkarte auf jeden Fall. Du könnt mir vielleicht das Bild enttrennen, so recht entfernt. Was zieht das hier noch hin? Lea, George. Just by trying to save them, we destroyed them. I suppose... Yes, it could be seen that way. But please, do not blame yourself. How could you have known? Ignorance doesn't change anything. Listen to me. Whatever or whoever is taking these souls, they were marked long before they died. All we can do now is move forward, and save who we can. Well, Lea wusste nur Bescheid und haben es trotzdem nicht rechtzeitig hingekriegt. You've been around the block a few times, so to speak. Nothing like this has ever happened to you before? The destruction of the very essence of life? No. Such a thing is difficult to contemplate and to witness it even more so. We need to think about this. Plan our next move. Of course. In fact. I might have an idea along those lines. I must confer with my host. Please excuse me. Okay. Kommt die wieder? Gehen wir rein? Wir gehen rein, ne? Was 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 war? Oh god. Wow. Oh. Ist immer noch tot. Also okay, ja. So gut wie es entgehen kann. You have no idea. You two. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. I never even considered that Peter's soul could be saved. And maybe Heather too. Yes. Ja, ja, jetzt ist es gut, wie sie meinte, ne? Das besser, was passieren kann. Ja. Okay, dann, ja, genau. Let's go to the gym. Ah, das ist gut. Danke, Kevin, für das. Besonders, es ist unnissenswert. Wie du sagst, nur spirituell gewissene Menschen sind attackiert. Seit dieser Fiedlung ist nicht spirituell gewiss, er treffen ihn in seinem aktuellen Stadte würde frittlich sein. Wir müssen ihn wachsen, bevor ich alles über ihn beitragen kann. Ja, 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 ja. What's this thing? Call it a totem. It was made with some of my essence. The circle was created in much the same manner, so it will make a perfect focus. When you awaken a spirit, use the totem to send them directly here. They will remain safely behind the circle until we can determine the next course of action. So I'll be trapped in this circle with Peter and Heather's ghosts? I'm afraid so, my host. Well, I suppose it can't be helped. And I guess it will be nice to see them again. Yes. We're trying to find Peter and Heather's ghosts. Is there anything else you can tell me about Peter? Anything that can help us? No. Of all the people in our group, Peter was the one I spoke to the least. I think George once belonged to his gym, even took personal training sessions for a while. But George wasn't really the personal fitness type. I need to know everything you can tell me about. I need to know everything you can tell me about Heather. Well, there was one thing. It was a confession of sorts, you see, and she trusted me. What was it? You don't understand. It was a confession. It might have been a long time ago, but it was still a sacred trust. I can't betray that trust. It goes against everything I believe in. Don't you think that under the circumstances, she would understand? Not sure God would. Does it really matter? What's the worst that could happen? You lose your soul. My God, when you put it like that. Heather was a prostitute. She wanted to confess, but didn't feel right entering a church. She might have been Jewish, judging by her name, but I think she just wanted to speak to someone who understood. Understood. Someone who had been to Grace Group meetings. Someone who had had a life-changing revelation, like I did. I don't know what her revelation was, but she wanted to purge herself of her old life. So she asked if I could come to her apartment and listen to her. So I did. Do you remember where she lived? I was a priest, entering the house of a prostitute. It's not something you forget. She lived by Tompkins Square Park. Here's the address. I see her address. Sehr schön. Ich würde nochmal nachfragen, ob sie irgendwas über Tanya zufällig weiß. Did you ever watch a TV-show starring Tanya Corsi? No, sorry. Do you know Jim Peebles? No, sorry. Na gut. Heather location haben wir bekommen. Can I do believe our talk is concluded? I will return outside. Ja, sehr schön. Sie würde mir ja wohl auch noch helfen können mit dem Kreis, den Aufrecht zu erhalten. Okay, das zweite Mal hat jetzt, äh, sein richtiges Diadem hat jetzt Joey bekommen. Okay, dann gehen wir ihm zu Heather. Gucken, was wir für sie tun können. Oh. Hat sich erledigt. Äh, hier gibt's so Fenster und so. Super gut verschlossen. Hey, how do you get in? Ah, hello miss. Answer my question. How do you get in? Oh. The gate was open. Is that alright? Sure, I guess. Just be sure to close it when you leave. I don't want to get in trouble. Those plants are barely clinging to life. Dark and dusty. Can't tell what's in there. Wer hier gewohnt hat? In dem Zimmer? Kommen wir rein? Kommen wir rein? Okay, wir haben uns. Der mit. Excuse me, miss? Oh, hi. What's up? You sure you should be out here? Why shouldn't I be? It's perfect. It's so nice to finally have a night clear enough to enjoy this place. Uh, schnacht. Clear night, right. You live here? I do. Why? No reason, just making conversation. Is your name Heather Goffstein? Oh, I see. You came from Ray. Ray? Of course. You did come from Ray, right? Yes. Sure, Ray. Him and me go way back. Hmm. No. I don't think you do. If you want a date, you'll need Ray's permission. A date? Isn't that why you're here? No, not at all. I just want to talk. Really? Really. Well, I suppose that's alright. But we should stay out here. If we don't go in the bedroom, then it's... It's not a date. What? You don't seem terribly surprised that I'm here in your garden. Hmm. It is a bit strange you appeared out of nowhere. But hey, I'm used to men appearing on my doorstep. And for some reason, you seem safe. Safe? Yeah. Just a vibe. Huh. Thanks, I guess. Hmm. Okay. Ray. So, tell me about this Ray-Character. I really shouldn't. Ray is really exclusive with the clients we're given. I shouldn't have told you the name. So, tell me a bit about yourself, Heather. Can we not, please? Let's just enjoy the evening, okay? It's nice out here. Sure. No problem. Okay, and maybe you have here... Do you know a guy named Jim Peebles? I can't talk about who I might know. I don't want to get anyone into trouble. Especially me. Do you know a guy named Benjiro? I can't really say one way or the other. Sorry. I could get into trouble. Ah. You ever go to the Carth house? Dumpy place, Chelsea. I don't think so. Do you know a Tanya Corsi? I don't think so. Tell me about Father Michael Cooper. Father Michael? Is he a priest or something? Yeah, or something. He was part of the Grace Group. I don't know him. Sorry. He was into him? Are you sure? He seems to know you. You don't meet many priests in my line of work. Or at least, if you do, they don't usually tell me. That is he really very far back, as I was going to say. Can you tell me about the Grace Group, Heather? Grace Group? Yeah. You were a member, right? Sorry. I don't know what that is. Come on. Thank you. You met in the basement of Grace Church. What, like AA? I'm not an alcoholic, thank you. That's what I'm not saying. Ray. Ray. Well, Heather, I have to get going. Sure. I'd leave the gate open, but for some reason, I don't think that will be a problem for you. That's a bit, a bit, a bit, but I don't know. No. Can't see much, just a hallway, nothing important. That's about an exit. Hey, get over here. So Peter gives personal training sessions, huh? According to Michael, yeah. Okay, yeah, I thought I'd like to go to Peter, but not immediately, but well, Heather is not very conversely. Ah, too many places. Jim. Um, we must have to start somewhere, huh? Maybe he knows Ray. Let's look. Hey, Peter? Hey, man. What can I do for you? I wish you for your success. How can I do that? Oh, here. Where do you have new things? So I'm told that you give personal training sessions. Yeah, are you interested? I sure am. Well, I don't know the time right now, but I can probably pencil you in. Just gotta check the schedule outside. Oh, yeah. Jetzt wird feststellen, dass das nicht kann. Dann hab ich ihn schon. Das ist ja easy. Hmm. How about next Tuesday, say 11 a.m.? Sure, I think I can swing that. Geister. Okay, here's my number, a case you need to reschedule. You got a phone? Ah, no. Well, I'll just remember it. Okay. 646-555-0425. Thanks. Und wer hat das gekriegt? Okay, updated. Klar, schaffen genauso wie vorhin. Ja, sicher. Kein Ding. Wie hat er uns eingetragen, bitte? Okay, dann habe ich noch eine Idee. Dann gehe ich nämlich wieder rein. Ah, die hätten mir nutzt die Tür, nicht durchs Fenster. Also, okay. Großer Unterschied. Nee, nee, nee. Vielleicht finde ich hier seine Telefon irgendwo. Wenn Rosi jetzt ihn anruft, dann... Hey, this is Peter. You know what to do. Können wir nicht Zwitschnitt währenddessen? Hm. Hey, Peter. Hey, man. So, you run this sort of. Nutz. So, when's a good time to call you? Business hours are fine. Ray. Do you know anyone named Ray? Sorry, I don't... Say, can we reschedule? Sure, we can do that. Let's... Are weekends okay? I got this Saturday at 1 p.m. 3. Sure, sounds good. Great, see you then. Looking good, Lisbeth. You're really improving. Sie rennt hier so. Yep, yep. Nicht gemerkt. Ah, shit. Wurde ich, bist du dann irgendwo nach dem Telefon zurück? Keine Ahnung. Was war das noch mal? Siehste, alles rausgeholt da. So geht das. Man muss nur wollen. Oh, sonst ist es nicht Sinn, aber ja. Weiß noch, wo das denn... Bitte, bitte, bitte. Wir gehen. Jetzt ist die Frage, wo finde ich sein Telefon? Vielleicht hier? Ähm. Ich tu's witch again hier. Guck mal hier. Ähm. Hey, this is Peter. Ich will jetzt hier eine Location ausprobieren. Ich muss irgendwo sein Telefon finden. Äh, Heather vielleicht sogar? Ja. Na, mal gucken. Hey, this is Peter. Peinlich. Äh, in the Grayschool? Unwahrscheinlich. Auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Was ist denn hier los? Hey, good to see you guys again. Madeline here was just telling me the funniest story. Was ist hier los? Hey, this is Peter. Ja. Oh mein Gott, was? Mein Gott, hatten wir das nicht schon alles? Is there anything else you can tell me about Peter? Anything that can help us? Of all the people in our group, I think George once belonged to his, But George wasn't really the... Äh. Is there anything else? I just know she was a prostitute. You knew George? Yeah. He was... God, you sh- It looked like a street bomb. I need this place, moving. But you got to know him. He only put effort into the things he cared about. The Grace Group helped him find what that was. I heard he became an art dealer. Okay, ich mache das natürlich mit den fetten Geilen, die das Erdbeer sich in der Hand hat. Und ich kann auch nicht sagen, dass sie die Gretel-Gruppe geholfen hat. Ich glaube, dass sie jetzt noch nicht so gut ist. Und ich kann auch nicht sagen, dass sie die Frau von Lea kennen. Ich bin der Gott. Ich habe gehört, was passiert. Madeline hat mich gesagt, dass sie sich nicht so gut ist. Dass sie... dass sie dort sein sollte? Ja, sie ist gut. Ich verstehe. Du hast meine Dank für das. Du kennst dich mit Emile Haskins, Lea's ex-husband? Sadly no. Lea und ich haben seit Jahren verloren verloren. Ich wusste nicht, dass sie in der ersten Platz bis heute noch nicht geworfen hat. Aber ich fühle mich für ihn. Du wirst wissen, dass es kein Wort für ein Vater, der ein Kind verliert. Der Prospekt ist so unthinklich, dass wir es nicht nennen. Äh, na gut, okay. Peter Heather gibt grundsätzlich noch. Ähm... Do you recognize Peters Phone-Number? I'm afraid I don't know. Ah. Did Heather ever talk about... Sadly no. Do you know? No. Okay. I guess we should get going. Godspeed. Maybe. Madeline? Yes, please. Papa. You once told me that you knew my Auntie Lauren. After a fashion. While in the void, I could reach out to the mortal world in dreams. The minds of other bestowers were the most... receptive. Huh? If that's true, how come she never mentioned it? Sadly, the memories of our meetings faded as she woke. Okay. What did you talk about? You and Auntie I mean. You have to understand, she was dreaming while we conversed. Her mind wasn't entirely lucid. So you can't tell me anything? Nothing that would make any cognitive sense. It's really cool, because you know what you know from the early days. I think we had to know that she had a aunt and so. Oh man. The old Tyler, which I've never played. I've always wondered. Just who are you? Pardon? Where'd you come from? Who you were before... all this? Tell me one thing. Have you ever asked your spirit guide the same question? Yeah. Has he ever given you a satisfactory answer? Precisely. Joey told me about how you helped him out of the void. We helped each other. Well even still, if you weren't there, well, I don't know what would have happened. The hole in the universe caused by the severed link would have consumed you. Your mind would have collapsed under the pressure, leaving already in that woman. I think we had really something important here. Right. Some guys and stuff. My pleasure. Do you know what happened to them? To auntie? To my grandmother? They both went insane. They spent years sedated in a hospital. Do you know why? I do not. I fell to their minds when they went. But that is all I know. I see. Do you think the same thing will happen to me? What happened to my aunt and grandmother, I mean. I am sorry. I do not know. But I do believe your chances of safety are high. You really think so? Why? I told you. While I was in the void, I could sense their minds. I could sense yours as well. You are stronger than they were. I'm stronger? Not physically. Or even mentally. But emotionally, yes. Your grandmother fled the duty. Your aunt performed it with only the greatest reluctance. But you? You have embraced it. Thrived in it. Well, it's what I do. I don't have any time to go. I don't think she even knows what a phone is. Do you really think Peter Fielding is in danger? I can assume nothing less. I really can't be on Peter yet focus here. Use it as soon as he becomes aware. Oh yeah, but it's not. Okay, I guess we should get... Of course. Why? It's just about half nine. I'm standing up today um six. Um six. Überlegt mal. Hey, this is Peter. Ach yeah, I'm already about the thing beschäftigt. Telefon suchen. Oh god, I'm going to go a bit of a telephone search. Mal gucken. I'm going to make it right away. Mal gucken, wie er das schon wieder aus. Wir hatten mal schon geguckt... Vielleicht noch? Hey, this is... Dadada! Vielleicht liegt das ja hier gerade irgendwo rum. Was ist das mit Jeffrey geworden? Ich versteh's nicht. Jeffrey, Joffrey. Almost the same. Ich will mit Tanja noch mal reden. Die muss doch irgendwas noch zu erzählen haben hier. Das kann doch nicht sein. Tanja. Oh, Tanja. So, can you tell me a brutal Taskmaster is what he was, but I can't deny he got results. Nope, I can't deny it either. Do you know anyone named Ray? Ray? Is that all you got? I think Ray might be involved in prostitution. Ring any bells? That's more of a late night news kind of story. I'm early morning. We're all about the rainbows and sunshine. Ah, vielleicht können wir da mit dem anderen drüber fragen, ob er was von diesem Ray gehört hat. Das könnte Sinn machen. Und... Is there anything else did you ever see? No. Ah, dann gehen wir zurück zum... Tanja... Dings... News... Room. Dings... Boop. Puh. Am 먼저... Wir brauchen einen kurzen Weg zu er beginners. Ganz wichtig. Das ist so « Der YouTube». Und noch mal das S gewesen. Stimmt... Nud... Also hier schreiben erst mal. Und noch mal ist das S gewesen anderes. Oh, die Zeitkirchen hat nur noch Fragen. Ah, die können wir sogar tracken lassen, ich trotte. Oh Gott. Warum bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? Bei der anderen sofort hier hast du eine Nummer. Sag mal was dazu. Er soll uns doch helfen. Na, ich hab noch eine lange Liste. Nice, eine Adresse. Das war ja leicht. Prostitution? Ist das related to Lea's case? Ich weiß nicht, es könnte sein. Das wird einfach besser und besser. Anyway, Ray, lass uns mal schauen. Okay, der Name Ray definitiv kommt in der Vise Department database. Es war ein Raid auf ein Bar von Bantini ein paar Jahre altes Jahr. Und jemand von Ray war in der Frage. Keine Anfragen wurden gemacht. Just Ray, keine letzte Name. No, wer es Ray ist, das ist seine vollen Legal Name. Oh Gott. Toi, zwei neue Adressen bekommen. Richtig geil. Ich muss dir immer alles durchgeben. Das funktioniert mir auch schon. Oh nein, dabei ist er gestorben. Mit dem Licht. Oh Mann, ey. Nothing more than that. That's pretty open and shut. Accidental death. Wechsel, Unfall, tot. Ach Gott. Do you have any record of a Heather Goffstein? Let me check. Nope, nothing on Heather Goffstein. Sorry. Is there anything in the system about a Jim Peebles? Let's see. Nope, whoever he is, he's clean. Genau so, so arbeitet der. I'm trying to find someone named Benjiro. He ran some kind of self-help circle called the Grace Group. Hmm, let's see. Wieso bin ich nicht eher auf den Gedanken gekommen, mir vorbeizugucken? No, nothing on file. Alles durchgelaufen, nur nicht... Ach, ach. There are tons of case-files. Do you know anything about Tanya Corsi's death? Tanya Corsi? What are you doing, getting involved with her? It's... Complicated. Yeah, I get it. Dirk and Warren, you might get weird. Anyway, there's not much to tell. She slipped in her shower and hit her head on the tub. She fell unconscious and she drowned. The coroner did an autopsy on her and found traces of whiskey and Valium in her system. Not a good combination. She killed herself? If you believe the tabloids, then yeah. But the coroner says no. There wasn't much in her system, to actually kill her, but it was enough to make her a bit clumsy. So it was just an accident. So it would seem... Okay. Well, I better go. Thanks for the help. Sure. There's no way to do that. But at the end of it is all, the whole thing full. Just with any locations. There's no two lines down there. Antini. This is what's with Ray to do. The bar. Let's see. Let's look at it. Will you look at this, Denise? Someone brave enough to join us in this weather? Well, brave or stupid anyway. Not right. Right. Genau. Es ist ein Bild von einer Frau, die tanzen. Es ist dediziert zu jemandem namens Mistress B. Wer es war, hat es geschrieben, »Thanks for the tie. With love, A.G.« Warum zieht solche Frauen in so einer Bar? Aber okay. Entschuldigung. Es ist sehr jung, um an einem Ort zu arbeiten zu sein. Sie muss wirklich lieben, um hier in diesem Wetter zu sein. Entschuldigung. Was sonst? »I'm looking for Ray. Do you know where I can find him?« »Ray?« »And why would you be looking for Ray?« »The pressure is on the floor.« »What does he press?« »Is there still something for the door?« »I need to talk to him.« »I can't go into specifics, but it involves a woman who worked for him.« »Worked for him?« »In what capacity?« »She was a working owner.« »Heather Gofstein.« »She worked for Ray, and now she's dead.« »Tester.« »Tester.« »Worked is the appropriate word, I suppose.« »Heather left my employee a long time ago.« »Your employee?« »Yes. »You want to speak to Ray?« »She's right in front of you.« »The former Rachel Mendez at your service.« »The former Rachel Mendez at your service.« »The former Rachel Mendez at your service.« »Heather worked for you.« »Can you tell me about her?« »It's been, gosh, several years.« »I'm afraid I can't tell you much.« »She was very young.« »Very pretty.« »Slightly lost, perhaps, like many of my girls.« »She's really dead?« »How did it happen?« »I don't know.« »That's what I'm trying to find out.« »I'm trying to find out.« »Is this a police matter?« »Not directly. I'm working with them, but I'm pretty much on my own.« »Well, in that case, ask me whatever you like.« »What?« »So you work here?« »Not directly.« »But I suppose I'm as much a fixture here as anything else?« »Hey« »Harring heute immer irgendwo fest und stören mich den ganzen Tag.« »I hate my hair day.« »You said Heather left your employee.« »Could you explain?« »Just that?« »She packed up and left.« »And you were okay with that?« »You think I would drag her back against her will?« »Absolutely not.« »And what would be the point?« »I replaced her the next week.« »It's the nature of this business.« »Some girls try the life, discover it's not for them, and then leave.« »Some stay for years and it grinds them alive.« »But occasionally, with luck and persistence, one can flourish.« »Like I did.« »It seems to be very agile.« »So it's not so wrong.« »If you don't have your hair down here.« »Did Heather have any enemies and obsessive clients or anything?« »Manchmal have I seen.« »Manchmal have I seen.« »Manchmal have I seen.« »Manchmal have I seen.« »I suppose anything is possible, but not likely.« »I screen our clients very carefully and I keep very careful records.« »I think I have my teeth.« »I don't know. I'll get them in my pocket.« »Totally, business work.« »There's no bedroom upstairs if that's what you are asking.« »I own several apartments in the city.« »I give the girls room and board in exchange for the money they receive.« »Some of them skin, tell all of them skin.« »But I make sure to treat them well.« »They treat me well in return.« Wenn du wirst, wenn du wirst, wie ich... Ich bin sorry, aber nein. Das wird sich ausdrücklich. Ich würde dich in den Polizei bringen. Ich würde dich versuchen. Every paar Jahre versuchen sie zu retten und zu retten, machen ein Show, dass es schwer ist. Aber nichts funktioniert. Ich bin sicher. Boah. Wollt ihr nicht wissen, was zu Heather passiert? Diese Klientliste könnte helfen. Du hast keinen Grund, dass es nicht funktionieren wird. Du kannst mir sogar sagen, wie sie sterben. Ich werde mich nicht betrachten, dass es nicht funktionieren wird. Aber man muss halt diese einfach durchbegeben. Was ist das? Dann wäre mir aber hässert, dass sie denke ich. Das ist nur, wie wir hierher haben. Oder aber bin ich irgendwie anders dahin? Ich liebe es. 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 Bombe. Das ging ja schnell. Sie mag jetzt einfach ein leeres Glas oder so bestimmt. Geh doch einfach mit ihr noch. Was ist das? Ich liebe es. Ich liebe es. Wie kann ich mir sagen? Das ist das Haus. Wird es. Ich liebe es. Sie braucht einen hohen Profil zu halten. Wirklich? Sie hat mir gesagt, dass ihr Name schnell genug genug sagt. Na ja, ich habe sie heute Abend viel Gimlet gemacht. Sie hat eine gute Möglichkeit. Und du weißt, um Rays, ähm, Business? Schau, ich arbeite bei der Bar. Ich frage nicht Fragen. Und ich sollte sie auch nicht antworten. Sorry. Äh, besser nicht trinken. Ich muss eine klare Hände halten. Wie geht es um einen Kaffee oder was? Nein, danke. Ich habe einen bereits. Ich verstehe. Ich verstehe auch mal nicht, wie sie den so lange mit sich rumschleppen kann. Dass er denn immer noch warm ist. Ich bin doch gar nicht. Das ist auch gut. Äh, dieses Mädchen. Jetzt gibts mal einen Kaffee, wenn du keinen an. Einfach just in case noch einen mitnehmen. Ich lass die mal hier stehen, ne? Ja. Hier muss jemand anders hin. Aber ich glaube, nach oben kann er noch gehen. Naja, ist er eher rödlich, oder? Er sieht halt schon ein bisschen ins Gesicht. Ich verstehe den ganzen Raum nicht. Was ist hier? Als ob der noch was an der Wand zeigen könnte. Ja. Ich klicke noch eine geheime Tür auf. Ich bin ziemlich sicher. Das ist einfach sein Song hier. Kriege ich vielleicht Rosa nach hinten? Raus? Hey! You can't go out that way. Sorry. Right. Sorry. Okay, ich denke, ich mach hier einfach mal einen Cut. Weil mir fangen gefühlt gleich die Augen zu. Äh. Was ist das? Hä? Zu früh aufgestanden. Ähm. Donnerstag. Gehts wieder weiter mit Ori. So. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Eine gute Woche. Und äh. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschü tschü.